Wenn du als Arzt, Heilpraktiker, Energetiker oder Therapeut bemerkst, dass dein Klient oder Patient massive Blockaden hat, die er aus früheren Leben mitgebracht hat, dann bräuchtest du normalerweise eine Ausbildung in der Regressionstherapie. Doch mit Hilfe meiner spirituellen Werkzeuge, der Symbole, Essenzen, Öle oder Aura-Essenzen, ist es dir jederzeit möglich, von der Gegenwart aus Karma zu lösen. Und nicht nur karmische Muster oder karmische Blockaden, sondern reines Karma. Das geschieht durch die geistige Welt, denn uns Menschen ist es gar nicht erlaubt, für andere Karma aufzulösen, an anderen Karma-Arbeit zu leisten. Das ist ein Schutz für uns und für die anderen. Und das ist auch gut so.